Hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge des RIP-Kalenders Ja, hier ganz gefährliches Messer und so Hier ist mein Messer, Bruder Jawoll Und den hier für YouTube, weil Mario und so Und damit herzlich willkommen zum weihnachtlichsten Hack auf dieser gesamten Welt Newer Summer Sun Wahrscheinlich, oder? Ihr seht schon, die Sonne scheint mir hier ins Gesicht auf beiden Seiten Ich brauch die Sonne Es gibt nur 23 Level hier Die schlauen Leute fragen sie natürlich gleich Aber Raffi, bist du denn ein kompletter Vollidiot? Weißt du denn nicht, dass der Advent 24 Tage hat? Leute, da muss ich euch leider enttäuschen Ihr könnt mich so einfach nicht fronten Ich weiß, dass der Advent 24 Tage hat Und da ist die erste Sternenmünze Ja, Wunderbärchen Ich bin behindert, Freunde Oh 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 geil Oh geil Oh geil Oh Oh Oh, das ist wieder etwas Größeres Das ist wieder etwas Größeres, Freunde Boah 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 Ja, der Mund hilft halt nicht immer Ihr seht schon Ist ein Magnet Ja, habe ich gut herausgefunden hier mit meinem Messer, dass der einmal rumliegt Ja Moin. Eine kleine Minitafel Schokolade oder wie? Schokolade? Ja, Sir. Mit oder mit ohne Nüsse? Einfach eine Standard-Schokolade. Können wir... Oh, 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 ein One-Up. Ja, Moin. Ein One-Up, ich glaube, ich eskalier gleich. Äh, ja, Insider von früher. Mir steckt die ganze irgendwas im Hals und ich meine, dass ich die ganze Zeit aufstoßen muss. Ne? Also, ja, blöcke laufen. Ich hätte ja lieber, ehrlich gesagt, eine Feuerblume gehabt. Aber jetzt muss ich erst mal abdancen, Freunde. Hallo? Ja. 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 Du bist ein Weitsprung-Profi, weiß ich Bescheid. Juckt mich aber trotzdem nicht. Und das heißt, ihr wisst, wofür es Zeit ist. Eine weitere Dosis, Dr. Google-l-l-l-l-l. Ja, ich mach tolle Geräusche, ich weiß. Ja, Moin. Das ist mir egal. Bruder muss los und so's. Äh, au. Puh. Das war... Closy. Closy Corley. Kennt ihr Closy Corley? Das ist ein guter Freund von mir. Nyaa. Und hier ist, äh, diese wunderschöne Blume. Äh, Blume? Ich komm nicht auf Blume. Sternenmünze meinte ich natürlich. Mein Gott, nochmal. Ich bin behindert, Freunde. Gar kein Thema für mich. I-si-pi-si. Das ist jetzt bitter. Aber, ich frag mich ja, wo könnte die erste Sternenmünze sein, weil die haben wir. Aber sowas von garantiert schon verpasst. Äh, da, da verwette ich ja meinen Arsch drauf. Oder was ist das hier? Nö, das ist die erste. Jö, lö. Da verwette ich ja meinen Arsch drauf. Das ist jetzt bitter. Denn, äh, lol. Ich bin, haha, ja, 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 ja. Ihr wollt's hören, oder? Mario-Time. Sos. Ah, schön. Wenn dieser Fisch am Start ist, ist es immer scheiße, Kacke. Scheiße, Kacke. Das habe ich aber auch verdient. Ja, gar kein Thema. Das war's. Sos. Ach, Larry. Ach, Larry. Mach doch nicht den Larry. Natürlich ist es Roy. R-O-I-Y, ne? Kennt euch alle aus. Jetzt geht's zu R-O-I. Genau. R-O-I-Y. R-O-I-Y. Oh Gott, so schreibt man den Typen nicht. Und es ist... Fuck. So, hier ganz schnell mal... Sterben. Bruder muss sterben. Autsch. Was war das für ein Autsch, Alter? Ah, yes. Yes. Ich hätte gedacht... Ich hätte doch... Äh, du hättest da nachgucken müssen, dann wäre da die Sternmünze drin gewesen. Ich bin so ein Idiot. Schalalalalalalalalala. Puh! Sicker Shit! Wieso geht's da nicht durch? Wieso geht's da nicht durch? Wieso geht's da nicht durch? Ich bin's der Beste. Schalalalalalalalalalalala. Du blödes Ding, bring mich nicht um. Schalalala. Diagnose Autismus. Ich bin der Beste, he he. I bim's der Beste, he he. I bim's der Beste, he he. I bim's der Beste, he he. Halt's Maul. Und ich bin ein Vollidiot. Nja. Was? Sass? Oh no. Ah, das ist mit... Ah. Das ist mit... Das ist mit irgendeiner... Schmierigen Beschichtung. Ah. Oh was? Boah. 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 Ist das asozial. Boah. Die hat... Die sieht man ja nicht. Boah, ist das asozial. Boah. Oh, 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 oh. Das war nicht so schlau von mir. Ich beams der Dumme Spast. Ja, moin. Okay, das war die erste Sternmünze. Nur das wollte ich wissen. Oder musste ich aufstoßen. Es tut mir ja schon fast leid. Aber auch noch fast. Und hier gibt es anscheinend ein paar kugelige Willis. Ja, wer kennt sie nicht, die kugeligen Willis? sind gute alte gesellen von mir ja sind sehr gute gesellen von mir aber die fetten willis die mag ich nicht so gern die fetten willis mit denen bin ich zwangsbefreundschaft ist als maul warte mal wo ist der hier ja lol das ist ist der grad ne als ob der gerade genau in das türchen gefallen ist vom achten wo auch so einer drin war die musik das ist ein orgasmus versteht ihr orgasmus halts maul du arschiges arsch ding vertraut auf meinen riecher ja der super ich habe zwar noch husten aber mein riechkolben der ist frei wie das frei qualitäts geprüft durch mein messer ich finde es auch ziemlich sick dass meine weihnachtsmütze hier oben anscheinend grün sein soll das programm muss es ja wissen was grün ist und was nicht anscheinend weiß es das nicht so ganz aber ist ja auch egal wenn es stört dann reicht eine beschwerde bei meinem anwalt ein der nicht vorhanden ist aber versucht einfach mal vielleicht findet irgendjemanden betrug das zeige ich an ok let's go let's go let's sterben bruder muss sterben und jetzt haben wir es geschafft oh mein gott mario hat einen kurs bekommen und dann sollten wir den josh hier auch schon es hat wieder so eine ekelhafte beschichtung damit will ich den rip kalender abschließen leute ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei euch fürs zusehen beim rip kalender danke fürs dabei sein bei diesen 24 tagen das ist